Eieieiei, was haben wir da wieder mal was Schönes, was Neues. Sascha, ja, du kannst es jetzt in den Online-Shop einfliegen, weil wir haben jetzt unsere neuen Jumpstarter bekommen. V4500 Plus mit einer bidirektionalen Aufladung, das heißt schnelle Aufladung, und 32 Ampere Stunden. Wenn ihr jetzt einen V2200 von uns kennt, oder JS2000er, und wenn ihr dieses Teil hier dann nehmt, dann wisst ihr, dass es um einiges leistungsstärker ist. Das braucht ihr dann auch nicht so oft aufzuladen, und das ist jetzt wirklich die Nummer 1 für die Kfz-Werkstatt. Oder natürlich auch eine Privatperson, aber jetzt kommt mal das Unboxing. Für diesen Preis gibt es einfach keinen besseren Jumpstarter, was diese Leistung bietet. Und jetzt guckt mal, eieieiei, was haben wir denn hier? Ah, Battery Lab, das bedeutet, meine lieben Freunde, wir können damit auch eine Fahrzeugbatterie testen. Schaut mal, wir haben hier einmal diese Krokodilklemmen, die können wir hier einstecken. Ich glaube, das war hier, eieieiei, jawoll, und dann könnt ihr auch eure Batterie testen. Ihr habt hier einmal einen QR-Code, da könnt ihr euch die App herunterladen. Und was sehen wir hier noch schön ist, wir haben hier einmal einen USB-C-Anschluss und unseren DC-Auto. Dann haben wir hier so wunderschöne Krokodilklemmen, die sind ja dann nicht zum Batterietesten gedacht, sondern um ein Fahrzeug fremd zu starten. Ganz interessant wird es auch sein für unsere Abschleppdienste. Schaut mal, ihr könnt dann einmal eure Lampe einschalten, ihr könnt damit auch wunderschön leuchten. Also die Leuchtkraft, die ist einfach immens. Und dann könnt ihr auch sagen, ah, okay, wenn wir irgendwo eine Panne haben, können wir es so aufleuchten lassen. So, SOS sage ich, wenn wir irgendwo im Wald sind oder sonst wo, oder sowas hier, damit ihr auf jeden Fall auf der Straße erkannt werdet. Und auf dieses Päckchen freue ich mich ganz besonders, und wieso? Weil wir nicht nur ein Ladekabel haben, sondern endlich mal auch einen Ladeadapter. Das haben ja die ganzen Jumpstarter nicht. Und an all die älteren Personen unter uns, die werden dann sagen, ja, wie kann ich das Ganze dann dran stöpseln? Hier habt ihr einmal einen USB-C-Anschluss. Und dann nehmt ihr euren Adapter, je nachdem in welchem Land ihr seid. Zack. Und dann gehen wir nach vorne rein. Zack. Und fertig. Und wir können dann hier drauf drücken, damit wir diesen Adapter entfernen können. Weil ihr wisst ja, in Europa ist so ein Stecker, in anderen Ländern ist so ein Stecker. Oder halt dieser Doppelstecker, was ihr ganz am Anfang gesehen habt, wo man das ausklappen kann. Also mega geile Sache. Und ihr wisst ja damals noch, wo ich von einer bestimmten Marke solche großen Geräte verkauft hatte. Glaubt mir, dieses Teil hält euch auf jeden Fall viel länger, weil das qualitativ viel hochwertiger ist. Und als ich für euch damals in den Werken von Toptern war, wo auch die Teststation für diese hier war. Das heißt einmal die Kältekammer, die Wärmekammer und der Leistungstest. Da kann ich euch auf jeden Fall sagen, das ist einfach nur der beste Jumpstarter, den ich bis jetzt gesehen habe. Und für diesen Preis ist es einfach unglaublich. Auch wenn ihr ein Gerät jetzt für 700 Euro vergleicht, okay, oder 800 Euro. Da gibt es einen mit 24 Volt. Hier können wir leider nur 12 Volt Batterien bedienen. Aber die meisten Kfz-Werkstätten, die bei uns ein Kfz-Diagnose-Gerät kaufen, die haben auch meistens eine PKW-Werkstatt. Was auch hier der Fall ist, selbstverständlich könnte man auch LKWs damit starten. Aber wir müssen schauen, dass die zweite Batterie nicht angeschlossen ist oder dass ihr halt wirklich so macht, dass es nur 12 Volt Spannung erhält. Das bedeutet, wenn ihr die Batterie ja in Reihe geschaltet habt, meistens ist ja beim LKW wie, entweder zwei Batterien in Reihe. Oder wir haben zwei Batterien parallel angeschlossen, nochmal zwei Batterien parallel und die miteinander in Reihe. Das würde dann nicht gehen. Wenn ihr aber das Ganze so anschließt, dass ihr 12 Volt habt, das bedeutet, wenn ihr parallel lässt und das, was in Reihe ist, abkapselt, kannst du oder könnt ihr auf jeden Fall damit auch einen LKW starten. Dann schließt ihr die Batterie ganz normal an, weil diesen Tipp hat mir ein lieber Kunde gesagt, der auch zig LKWs hat. Daher ist es auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Da könnt ihr einmal auswählen, ob man das Fremd starten möchte, Batteriespannung messen und sonstiges. Da habt ihr auch natürlich eine Bedienungsanleitung mit an Bord. Und in dieser Bedienungsanleitung, was haben wir da für Sprachen, ist selbstverständlich dann auch in der deutschen Sprache. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze mal durchlesen, mal anschauen, was es so ausführen kann und wie ihr es perfekt bedient. Und da habt ihr auch solche wunderschönen Top-Ton-Aufkleber. Nice. Also meine Lieben, ab jetzt, nachdem Sascha das online gestellt hat, gibt es das auch bei uns im Online-Shop. Nicht unbedingt Sascha, kann auch sein, dass er da mir das reinstellt. Aber ja, meine Lieben, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Das wird mein alltäglicher Daily sein. Wieso? Weil ich gerne das nicht nur zum Fremd starten benutze, sondern wenn ich irgendwo unterwegs bin und meine Batterie geht leer, dann kann ich jedes Mal dieses wunderschöne Teil mitnehmen, anschließen, auch meinen Laptop laden. Und nicht zu vergessen, was wir noch Tolles haben, ist ja dieser V2200R. Ist auch eine richtig geile Sache. Wieso? Weil ihr damit auch die Reifen auffüllen könnt. Also Reifenfülldruck, Aufbuschte, egal ob jetzt ein Fußballreifen, Fahrradreifen, welches über 10 Bar mal hat oder ein Luftballon oder sonstiges. Weil da könnt ihr auch sagen, wie viel Bar möchte ich da eingefüllt haben. Also meine Lieben, das sind jetzt die Neuigkeiten, das Neueste, was bei uns auf www.ml24.shop gibt. In dem Sinne, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Und ja, ein paar Sachen haben wir noch da. Die meisten oder alle, die beim Kauf jetzt angegeben haben, TikTok oder YouTube oder sonstiges, die haben ein extra Geschenk dazu bekommen. Egal ob beim Diagnosegerät oder sonstigen. Alles, was über 100 Euro ist. Aber wir hatten auch wirklich Leute, die leider für 99 Euro gekauft haben. Natürlich könnte ich da ein Auge zudrücken. Aber das wäre einfach unfair den anderen gegenüber. Und es ist ja von uns eine freiwillige Leistung, dass wir euch ein Geschenk dazu geben. Daher bitte immer beachten, was ich sage. Das heißt, wenn ihr für 100 Euro kauft, dann könnt ihr TikTok, YouTube oder Instagram hinschreiben. Aber bitte auch nicht die Leute, die habe ich noch ein bisschen durchgehen lassen, die dann geschrieben haben, ich hätte gerne einen Jumpstarter. Das machen wir immer frei schnauzig. Wir packen das einfach so ein, was gerade da ist. Zack. Und das gibt es als Geschenk dazu. Wir hatten auch welche gehabt, die mein JS3000er bekommen haben. Natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Topton Phoenix Max kaufst oder ein sonstiges Diagnosegerät, was preislich höherwertiger ist, dann ist es ja umso fairer, dann ist es ja ganz fair, dass man auch ein teureres Gerät oder Geschenk dazu legt. Das sind ja Retoure-Waren von Amazon, die wir für euch aufgekauft haben. Das habe ich auch mehrmals in den Videos gesagt. Das heißt, wenn ihr mal ein Topscan Pro kauft, dann ist meistens so ein BT20 dabei. Aber das Ding kostet ja auch schon über 40 Euro. Und ihr könnt es ja auch mit dem Smartphone verbinden. Viele haben auch diesen BT200er bekommen. Man kann nicht einfach so frei Schnauze entscheiden, ich hätte gerne das oder das dazu. Das sind einfach Weihnachtsgeschenke von uns an euch. Und daher könnt ihr leider nicht entscheiden, was man jetzt dazu bekommt. Weil es gibt Leute, die haben geschrieben, die würden gerne ein Artidiag 900 BT kaufen. Aber nur wenn es einen Jumpstarter dazu kostenlos gibt, das machen wir nicht. Weil, wie schon gesagt, das ist einfach nur als Überraschung für euch. Einfach als Geschenk vom Herzen. Und wie sagt man so schön, Geschenken gaul schaut man nicht ins Maul. Daher bitte Unverständnis. Und nicht vergessen, bis die alle hier weg sind. Wir haben jetzt weit über 100 Artikel verschickt. Weit über 100 Geschenke auch, seitdem ich die Aktion gemacht habe. Und wenn die Aktion irgendwann mal vorbei ist, dann gibt es auch kein Geschenk dazu. Also meine Lieben, in dem Sinne, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Restwochenende oder eine schöne Arbeitswoche, je nachdem, wann ihr mich gerade anschaut. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Micha von der Firma mit meinem Live GmbH. Ciao. Und nicht zu vergessen, wenn ihr jetzt irgendwas kauft und ihr habt nichts dazu geschrieben, dann gibt es auch kein Geschenk, aber auch nicht im Nachhinein. Das ist wirklich für meine treuen Zuschauer gedacht. Auch wenn ihr mich anschaut, aber gerade das Video verpasst habt, das ist wie ein Lottospiel. Wenn du jetzt eine falsche Zahl irgendwie ausfüllst, ne Schatzi? Das heißt, du hast jetzt, du hättest sechs Richtige gehabt, aber jedes Mal war die Zahl minimal daneben, dann ist es halt so. Dann kann man nicht sagen, hey, drück doch mal ein Auge zu oder Sonstiges. Das bedeutet, wenn wir schon Regeln aufstellen, dann müssen die auch richtig befolgt werden. Sonst gibt es leider kein Geschenk dazu in dem Sinne. Aber jetzt auf jeden Fall. Ciao.